ARD Text im Auftrag von Funk Lautspreit nein 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 Machen wir uns einfach mal das Kann ich das dann da einlegen? Warum mach ich dann das da überhaupt? Das muss doch genauso gehen Boah leck mir doch die Eier Was ist das? Was? Machen wir uns halt kurz solche Pattern Ich brauche mehr Ich brauche mehr Holz 4 Kann ich 4 von machen? Kann ich 6 von machen? Ja, das muss eigentlich reichen So, durchschen Was brauche ich denn noch für Die Spitzhacke Da brauche ich dann ein Toolrot Ein Toolbinding Alles klar Zip 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 Nein 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 Toolbinding Pattern Jawohl Was ist denn das? Pan Pattern Zip Zip Das da? Nein Ich glaube ich weiß welches Das da Jawohl So 1 2 So 1 So Ähm Jetzt mach ich hier wieder meinen geilen Mix Und so Kann ich auch glätzt werden malen So Kann ich auch glätzt werden malen Kann ich auch glätzt werden malen Da oben schön angucken Und Und Warte 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 ich kann doch hier Ah das ist nicht das nicht Ich glaube das sind 2 verschiedene Ähm Mods aber Weil hier kann ich ja Das Pardon Hä Ja Hm Ich weiß auch nicht Keine Ahnung So 2 mal Obsidian fehlt noch Komm schon Wie viel Energie haben wir noch? Ja Ja Gut wie voll Achso das sehe ich aber hier So jetzt komm Auf geht's Jetzt müsst ihr eigentlich gleich Jetzt müsst ihr eigentlich gleich Okay das erste Und zwei Schellen kommt direkt danach Sooo Warum Warum geht das nicht? Ich Ich hab zu wenig drin oder Wat? Warum ist der Molten Obsidian drin? Nein Shit 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 Motherfucker Was soll das? Was ist das? Was ist das? Und es sind jetzt 2 unterschiedliche drin? Molten Alumite Warum Alumite? Wollte ich das? Ich wollte nicht Alumite Warte? Ah doch Alumite Okay Ja da hinten das weiß ich ja alles Wissen Sie Achso Okay das weiß ich auch Jaja Steht eigentlich nichts interessantes drin So Jetzt haben wir noch 2 Molten Obsidian Jetzt haben wir noch 2 Molten Obsidian Habe ich zu viel Obsidian rein? Warte wenn jetzt das Obsidian noch dazu kommt Zu dem hier Jetzt pass auf Ich tu mal Kein Obsidian rein Ich lass jetzt mal Ich lass das jetzt mal Amulite sein Solange schlafe ich jetzt So Ich glaube ich hab vorhin Hä jetzt kann doch nicht sein Ich hab da nicht zu viel Warte Habe ich zu viel ähm Zu viel Obsidian rein Ups So Jetzt ist dann noch ne Amulite Ne Molten Aluminium Ne Molten Aluminium Ah ok ich hab da zu viel Also nochmal So Ok Molten Obsidian Ich hab zu viel Obsidian rein Hä He Du laberst Ey Der labert ey Ich hab nicht zu viel Obsidian rein So So Jetzt haben wir dem Molten Uhhh Aluminium Mit dem Eisen Hier müssen jetzt eigentlich noch 2 Obsidian übrig sein Wo ist das oder Und du 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 So komm Ok Jetzt haben wir noch Zwei Molten und sieht ihn aber jetzt noch übrig ist eigentlich scheißegal wie ich das anordne oder ich guck glaub ich guck so so ist jetzt wieder drin die energie lässt glaube ich nach so jetzt dürfte eigentlich wenn es drin ist dann müsste eigentlich alles molten alumite sein sehr gut so geht es aber trotzdem nicht raus ich gehe jetzt verarschen warte geht es nur hier raus warte 18 waren drin glaube ich gell ok das ich kann das nicht machen so also machen wir hier nur eins vollblock auf alumite alumite ingots so und nochmal dann machen wir es halt so jetzt dürfte eigentlich nichts mehr drin sein nein jetzt machen wir mal eine alumite blitz ok warum geht das nicht mama warte